Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Versorge mit Holz, um eine Schließung zu finden. Oh lol. Die brauchen dringend Holz. Okay, also müssen wir uns da jetzt rumkümmern. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Voxelpix, Voxeltycoon. Wir müssen, wie es jetzt scheint, irgendwie schauen, dass wir dieses Unternehmen vor der Schließung bewahren, weil keine Lieferungen kommen, was natürlich eigentlich nicht unser Ziel ist, aber ich kann jetzt auch ein wenig dran machen rein theoretisch. Kohlemine, Verarbeitung, wir haben auch nichts erforscht, was wir sozusagen bisher machen können. Wir können höchstens mit 88.000 dann ein eigenes Labor auch erforschen. Was aber eher die bräuchten, wäre das Holz von da hinten. Das bedeutet, wir müssten hier einen Güterbahnhof hinzimmern. Und die sind teuer. Aber hier ist natürlich der beste Punkt im Grunde, wenn man es so sieht, dass wir sozusagen das mit LKWs an eine Station da vorne noch fahren können. Wir bringen hier ein... Boah, das ist so teuer alles. Güterbahnhof. Wenn wir das dann wenigstens gut Kohle bringen, das bin ich happy. Wenn nicht, dann bin ich sauer. So. Ich brauche ein Sägewerk. Nicht genügend Geld, und jetzt muss ich leihen. Und zwar erstmal ordentlich, weil wir brauchen ja genügend. So. Sägewerk. Ich glaube, da passen sogar zwei hin, Randtür. Nehmen wir mal erstmal eins. Wir wollen jetzt nicht übertreiben. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie wir am besten... So. So. da binden wir das hier an jetzt geht es geht das wird eine richtig teure angelegen ich sage ich nix mehr leihen das wird ungut wenn ich nichts mehr leihen darf weil ich jetzt noch mindestens jetzt mal zum billigzug nehmen und dann rundwagen 2 ja ich kann auch nicht alles verhindern dass alles geschlossen wird ich brauche geld erstmal damit ich den zug kaufen kann das wird schon mal ein anfang wird gern verhindern dass wir hier irgendwie eine schließung haben aber wenn wir keine wenn wir kein geld reinkriegen können wir das nicht machen gott ein bisschen geld irgendwie komm schon bitte ein bisschen geld sind noch nicht mal voll die hänger ich habe immer gehofft dass da mehr passiert aber das ist nicht so braucht eine kleinere konfigurator bänden irgendwie müssen wir schauen ich darf jetzt irgendwie kein geld mehr leihen aktuell kriegt maximal oh gott das will ja wir haben maximal erreicht da wäre nicht auch eine holz lieferung da könnte man auch holz hinbringen weil wir könnten dass sie sogar doppelgleisig ziehen und dann hier noch ein holz das holz da wäre der wichtigste angelpunkt für uns 3000 mit person was ist jetzt los also es steht so plus 12.000 aber warum was passiert ich kann jetzt auch nicht noch den geld zahlen weil dann ist das problem dass ich am ende halte richtig schlecht dastehe ich brauche mindestens 100.000 dann kann ich nach da schon holz liefern wie viel kostet ich muss ja noch bahn no güterbahnhof muss ja auch noch her ich bin mit dem nicht mehr in reichweite der alleine kostet 56.000 oh gott und jetzt geht es wieder ins minus es ist nicht so einfach wie ich mir gedacht hätte ich habe dachte es wird jetzt angewandt da konnte ich nichts wenn ich jetzt keine ahnung wir haben hinten terminal wenn ich hier ein terminal hinsetze kostet das 32.000 muss ich kaufen ich habe sonst keine chance jetzt richtig beschissen wie es baut ist und alles aber hey ich habe im grunde keine andere chance ich muss irgendwie von da nach das holz kriegen das problem ist natürlich dass unser zug aktuell für mich die lukrativste lösung ist mit sein bisschen was hier er macht auch nur noch 1700 ich schicke den dann auch mal ins depot du gehst auch gleich mal ins depot pausierende spiel schnell habe gesagt pausieren wir machen jetzt was was ich nicht gedacht hätte das machen müssen ich hatte es so und das jetzt löschen und dann tun wir drei rundwagen ran anwenden und lassen den zug wir arbeiten müll 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 allzufügen trans ne das reicht ja da muss nur entladen hin entladen und hier oben muss er laden aber schick aber das ist aber auch schick gemacht dann kannst du los schicken und ich nehme einfach mein lkws hier und sag dem hier du nimmst eine individuelle route tust hier laden kann ich sagen was er laden soll nee und zu dem halten zufügen entladen kann ich da aber auch sagen auf eine andere fracht umrüsten ah nee fuck das geht oh gott das geht gar nicht warte mal nee du gehst wieder auf erste kohleroute du bist ja ein spezielles auto wo ist denn hier ein a-truck brauche ich jetzt dafür und der kriegt nein oh fuck wo ist er denn der a-truck hat noch keine route halt hinzufügen laden halt hinzufügen entladen so jetzt sollte das ganze doch funktionieren eigentlich oder schaut doch alles ganz gut aus jetzt die machen ordentlich kohle gerade der macht natürlich weniger kohle wenn kein normaler personenzug fährt aber das können wir hoffentlich ändern sobald das erste holz kommt und uns ein bisschen geld rein bringt bitte bringt geld bitte bringt geld was wieso logistik 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 und diesem gebäude annehmen davon dann so brauche ich ein depot oder brauche ich so ein lager lagerhaus setze ich nochmal hier hin holz holz schau mal bitte 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 komm schon kann jetzt nicht sein dass mein lkw mein holz lkw kein holz annehmen kann jetzt wird's abklaren jetzt jetzt er lädt ab und die kriegen holz wir kriegen wieder holz yes das macht das ganze jetzt positiv oh yeah kriegst du eigentlich hier den geld nee du musst abladen und der muss jetzt an oh okay bedeutet wir müssen die lkw oh fuck jetzt habe ich kein mein geld geht runter wie sonst noch was das ist ganz ungut oh fuck ich glaube ich habe es verkackt ich glaube ich habe es sowas von verkackt ich glaube ich habe es echt sowas von verkackt schon lol jetzt haben sich hier holzträger aufgemacht was brauchen denn die ich wüsste ja nicht mehr was die brauchen die brauchen holzträger oder ich müsste eine produktion an holzträgern haben oder was alter what also priestenstaat geht ja grundsätzlich ganz gut holzträger kriegt er doch aber nicht halt genügen jetzt gehen wir wieder auf wie kann es denn sein dass wir jetzt wieder auf weg auf gehen auf einmal gehen wir wieder geld auf oder ist es weil wir jetzt endlich den holzhandel angekurbelt haben ich weiß es nicht es ist verwirrend kann auch keine kein lohn mehr keine ding mehr nehmen weil ich natürlich oh man belieferung an das unternehmen unverlässlich um das wachstum aufzurecht halten es läuft doch alles gut der hat ja auch gleich gar kein problem aktuell ich glaube so dass wir ein lkw tauschen könnten kann ich dich rein theoretisch ins depot schicken und dann verkaufe ich dich und ich kann mir dadurch einen holztransporter kaufen ne eher weniger ein holztransporter mehr würde uns so viel geld bringen einfach schon ah fuck jetzt geht sie da runter komm geh bergauf ich hab ich hätte einfach den bahnhof hier vorne irgendwie hinsetzen müssen ist das lager hier voll der lkw kriegt nix backen fuck 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 kann man die firmen aufkaufen geht das irgendwie dass man sagt hey ab sofort bist du meins ich steuere produktion und alles das wäre natürlich noch geiler ich glaube ich habe mich übernommen am anfang ich glaube jetzt muss man ruhiger angehen das game ich glaube das muss man ruhiger angehen ich wollte wieder zu groß also ich bin keiner beim train für da brauche ich am anfang ein bisschen mehr ich habe mehr routen und alles und das geld fließt auch besser ich habe hier halt extreme überlebensnot grad wir kriegen zwar immer noch geld rein ich glaube wir überleben sogar aber es ist halt nicht so wie ich es gerne hätte also ein holztransporter mehr würde schon allerleine genügen dass wir hier gut laufen das würde ja schon voll reichen der hat nichts im lager daher tut er natürlich auch nicht gleich evolven aktuell die fabrik ist kurz davor zu evolven wieder in die nächste stufe mit dem lager natürlich kann jetzt kommen wir jetzt kommen wir ein bisschen wenigstens voran aber wie viel bau noch ich vergesse jedes mal wie kostet so ein scheiß lkw pfff 8 und 3 ok ja ähm das kann ein bisschen dauern aber wir halten uns stabil das ist schon mal positiv wenn wir dann wieder die passagierzüge knacken können wäre das natürlich noch besser weil mit den passagierzügen oh ne jetzt what da kreditzinsen aua man das tat weh das tat weh weil ich glaube wenn wir mal gucken ein nahm 500 mit dem der macht 5000 das muss ich auf so der zunge zergehen lassen 5000 mal mit den holzlieferungen der hier bringt fast nichts da sind die kosten sogar höher schon bedeutet er macht eigentlich negativ zahlen der macht positive zahlen der hier macht natürlich auch negativ aber er kann gedeckt werden das ist wichtig zu wissen er kann gedeckt werden rein theoretisch muss ich jetzt den Bus nehmen und zum verkauf stellen wenn wir es richtig machen und sagen jetzt hier adieu das bringt uns nicht genug um noch so einen AA-Truck zu kaufen den wir aber nochmal können wir die Rute bitte kurz mal vom Holz LKW wo ist er denn deine Rute nein ich will die Rute hier gerne und speichern als Holz äh Pierenstadt Holz oder Holz 1 Nieten 1 okay so weil dann kann ich jetzt dem hier sagen hey du nutzt ab sofort Holz 1 let's go und dadurch habe ich natürlich jetzt jetzt mehr positives Geld hoffe ich mal einen positiven Holz LKW mehr das macht schon mal viel aus oh ja das ist Puff weg ich weiß nicht ob das gut ist oder schlecht ist aber wie soll ich denn das halten ich bin jetzt schon am Rande der Verzweiflung ich habe noch nicht 3000 Firmen angenommen also das ist wahrscheinlich ein Submerchant sobald man sich mehr um die Stadt wieder kümmert kann das sein dass die Städte evolven und wieder runtergehen je nachdem was man macht das wäre natürlich mega cool aber aktuell die sind durchschnittlich die sind jetzt immer mehr zufrieden dadurch dass der Stand natürlich immer erhöht wird jetzt sagt er schlecht unser Geld steigt wenigstens wieder ich habe hier Kosten und Mühen angenommen ich habe hier noch mehr dafür dass es funktioniert das ist der Wahnsinn der macht jetzt beides ah weil du ein Lager wenn man ein Lager dazu steht geht das sozusagen aha gut zu wissen gut zu wissen ihm geht es durchschnittlich wie gesagt schon immer da wird noch ein LKW auf jeden Fall mehr rein können weil wir kommen immer noch nicht hin dass wir die volle Ladung annehmen also wir brauchen mindestens noch ein LKW mehr auf der Route aber das Geld entwickelt sich wieder das ist positiv zu sehen wir machen aktuell der Handel macht 31.000 hat im letzten Monat ausgemacht wir haben trotzdem Minus von 3000 gemacht aber wegen neuen Fahrzeugen das neue Fahrzeug hat uns reingeritten wir hatten plus 10.000 gemacht insgesamt so wie es da aktuell ausschaut Unternehmen ja ich kann auch nicht die ganze Zeit mich um neue Firmen kümmern ihr seid selber schuld wenn ihr baut wenn ihr wisst da kommt nix wir machen ja nur eigenes Schienenunternehmen das ist das Ebenen dann da kann ich dann sozusagen aha Dekoration ein Ventil für was brauche ich ein Ventil ein Kürbis hä Pumpe why the heck should I use a Pumpe ich kann auch wieder begrünen aber für was soll ich begrünen hä damit es schön ausschaut oder was na gut Leute aber das war es für diese Folge in der nächsten Folge werde ich hoffentlich schon ein bisschen mehr Transport haben den Transport ein bisschen optimiert haben und wir werden hoffentlich ein bisschen die Zinsen auch getailt haben ich werde das Spiel einfach ein bisschen laufen lassen und schauen dass wir optimal laufen mit dem was wir aktuell haben und das Geld sich dementsprechend entwickelt ich hoffe euch das gefallen wenn ihr alles um den Daumen nach oben da abonniert wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder also bis dann ciao Outro Outro Outro